Ja, so kleine Gewinner und kleine Verlierer gibt es schon. Das muss aber nicht heißen, dass die ganze Saison so bleibt, dass es immer die gleichen sind. Stuttgart hat Wetzlar zu Hause geschlagen, haben sie seit Jahren nicht mehr geschafft. Der Bergische HC ist mit vier Punkten als Aufsteiger sensationell in die Liga gestartet. Und auch oben haben der SC Magdeburg und die Rhein-Neckar-Löwen sicherlich schon echte Top-Spiele abgeliefert und ihre Ansprüche geltend gemacht. Fangen wir mal mit den Protagonisten an, die man schon so kennt. Andi Schmid, kann man immer angucken. Und dazu jetzt noch Janni Kohlbacher, das macht richtig fett, da hinzuschauen, denn das sind so überraschende Aktionen. Ich habe selber auch mal die ein oder andere Minute Handball gespielt und bilde mir ein, ab und zu Sachen vorherzusehen, bei denen sieht man nicht, was passiert. Das kann in jeder Sekunde ganz anders ausgehen, als man sich das vielleicht vorstellt. Das ist so der Überraschungsmoment, der macht die ganze Sache sehr, sehr spannend. Das ist schön zu sehen. Dann gibt es natürlich, klar, beim THW Kiel, Domogoy Duvniak sehe ich immer sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass er wieder richtig fit wird. Wir haben ihn vermisst, wir haben ihn alle vermisst und ich hoffe, er kann die Mannschaft tragen. Auch ein außergewöhnlicher Spieler. Und Damgard, SC Magdeburg schaue ich mir auch gerne an. Also es gibt schon viele, viele Spieler, die man sich gut angucken kann. Ja, ganz klar für die Aufsteiger wird es schwer, obwohl man den Bergischen Hatzhin ein Stück weit rausnehmen kann. Natürlich für Biedigheim wird es schwer, für die Eulen aus Ludwigshafen wird es schwer und vielleicht die ein oder andere Überraschungsmannschaft, die da noch mit reinrutscht. Aber meistens entwickelt sich sowas ja im Laufe einer Saison, wenn Mannschaften, die sowieso nicht so breit aufgestellt sind, noch ein paar Verletzungsproblematiken dazu bekommen. Das ist Handball immer für solche Mannschaften sehr, sehr schwer zu kompensieren. Also das bleibt mal abzuwarten, wer da noch mit reinrutscht. Wenn ich es jetzt einschätzen müsste, würde ich sagen zu 40 Prozent, ihr seht schon, also so ganz genau weißer Saunet, zu 40 Prozent die Rhein-Neckar-Löwen, zu 30 Prozent der TLW Kiel und zu 30 Prozent die Flensburger. Das sind zusammen 100 Prozent, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Also das sind nur Nuancen, die da eine Rolle spielen. Aber die Rhein-Neckar-Löwen, die wirken schon sehr kompakt und sehr breit aufgestellt. Das ist schwer, gegen die bestehen zu können.